Ihr zugewiesener Einsatzort ist das Außenlager Timokhan. Dort werden Sie für die nächsten Monate die Stellung halten. Befolgen Sie grundsätzlich zwei Dinge. Erstens, niemand von Ihnen trifft vor Ort selbstständige Entscheidungen. Und zweitens, mischen Sie sich niemals in die internen Angelegenheiten der Afghanen ein. Wir gehören zum Simi-Kontingent der ISAF, zivil-militärische Zusammenarbeit. Keine Einmischung. Entspann dich. Ich bin entspannt. Der Malik will, dass wir seine Mondfelder bewachen. Im Austausch dafür würde er auch die Mädchen zur Schule gehen lassen. Anna Böhler von Aid for Children. Ich unterrichte hier die Jungs. Ich will jetzt unbedingt glauben, dass das Sinn hat, was wir hier machen, oder? Dass es den Leuten besser geht, nur weil wir denen kaputt spüren. Was ist denn hier los? Bam. Sie ist einem Taliban-Führer aus der Gegend versprochen. Anna, wir dürfen uns nicht. Ich weiß. Wir sind hier, weil wir das Scheißland nicht den Steinzeit-Moslems überlassen wollen, aber Tara überlassen wir denen, oder was? Wir könnten sie befreien. Hast du sie noch alle? Wir hatten hier einen Überfall der Taliban. Rund zwölf Taliban-Kämpfer haben zwei Mädchen und eine deutsche Entwicklungshelferin entführt. Wir könnten auf Tuchfüllung gehen, damit wir erleiben vor Ort Oberfeldwebel. Das ist ein Befehl. Was würdest du machen, wenn sie jetzt mich hätten? Die Jungs sollen aufeinander aufpassen. Das war immer mein oberstes Gebot. Das war immer mein oberstes Gebot! Untertitelung des ZDF, 2020